Pater, ich habe gesündigt. Ich dachte, das machen Sie nur als Schauspieler. Das meine ich nicht. Ich bin wegen einer anderen Sache hier. Was kann denn so schlimm sein, mein Sohn? Es ist noch viel schlimmer, als Sie denken. Ich beziehe immer noch... ...Kohle und Atomstrom. Mein Sohn, wechsle einfach zu einem echten Ökostromanbieter. Dann sind dir deine Umweltsünden vergeben. Das ist ja günstiger als bei mir zu Hause. Naturstrom. So schnell bist du von deinen Umweltsünden befreit.